Moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Ja, mal wieder Nachrichten hier aus dem Irrenhaus, anders kann man das Ganze nicht mehr bezeichnen. WDR hat darüber berichtet, Grundsteuer trotz Zwangsenteignung. Ja, im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, läuft das so ab, dass hier ein Grundstücksbesitzer enteignet wird. Erstmal, das ist ja schon absoluter Wahnsinn. Natürlich alles nur für das Volk, weil das so toll ist, wird hier ein Grundstückseigentümer zwangsenteignet. Unfassbar, was hier passiert. Und dann heißt es nämlich hier so, der Maurice Giesberg aus Schwerte, das ist bei Dortmund in der Ecke grob gesagt, soll knapp 1750 Euro Grundsteuer zahlen für ein Grundstück, das ihm die Bundesrepublik wegen des Ausbaus der Bundesstraße 236 weggenommen hat. Leute, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Und hier sind ja ein paar Bilder und so, Daten zu sehen, alles mögliche. Und da ich ja im Immobilienbereich interessiert bin, habe ich mir mal bei Tim online, das ist hier in NRW das Portal, wo man sich dann Flurkarten und alles mögliche angucken kann. Und dann sehen wir hier, haben wir nämlich hier, zack, zack, die Bundesstraße 236. Und dann habe ich nämlich auch das passende Flurstück gefunden, das nämlich hier auch angegeben wird mit einer Größe von 1440 Quadratmeter. Wie viel hat der denn bei der Enteignung dann als Entschädigung bekommen, der liebe Maurice? Satte 15.500 Euro. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das Ganze wird hier unten nochmal ganz genau festgelegt. Der Kreis Unna, das ist da das große Gebiet, wird nämlich hier gesagt, ja, hat etwa einen Wert von 165.000 Euro. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, den kann ich euch nicht nachvollziehen. Und hier geschätzte Kosten für die Sanierung liegen bei etwa 150.000 Euro. Also kriegt der Mann hier 15.500. Haben sie noch ein bisschen überholt, hier die 15.000 Differenz auf 15.500, ganz grandios. Sein Anwalt sieht das nicht so, weil auch das Gutachten hier sagt, nee, der Boden ist nicht so schlimm, hier muss keine Entsorgung, Altlasten stattfinden und alles. Und wollen hier auf 117.225 Euro klagen. Die Entschädigung sollen sie, oder diesen Mehrbetrag soll der Mann bekommen. Was ich aber, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, wir gehen nämlich hier hin und machen die Sachdatenabfrage bei dem Grundstück 304. Das ist das nämlich, wo es hier auch auf die Autobahn hochgeht. Und da sehen wir, das ist nämlich genau das Grundstück mit den 1440 Quadratmetern. Und wenn wir dann wiederum bei Boris, Bodenrichtwert in NRW nennt sich das, angucken, sehen wir nämlich hier das Gebiet. Ihr seht ja, jetzt bin ich hier auch wieder auf dieser Straße, B236. Und das hier ist dieses Eckgrundstück. Hier waren wohl alte Gebäude, die wurden noch abgerissen. Ja, kein Problem, reißen wir einfach mal ab. Hier wird der Quadratmeterpreis allerdings für mehrgeschossige Gebäude bei 220 Euro pro Quadratmeter angegeben. Und wenn man das wiederum, habe ich im Rechner gerade nochmal ausprobiert, gerechnet hat, 220 Euro mal 1440 Quadrat, komme ich auf 316.800. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum jetzt hier von einem Grundstückswert von 165.000 ausgegangen wird. Vielleicht kann es ja einer in den Kommentaren mal ein bisschen aufklamüsern und mir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Aber die eigentliche Aussage des Artikels ist ja, der Mann besitzt dieses Grundstück nicht mehr. Da sind halt noch Streitigkeiten gerechtlich offen. Aber nichtsdestotrotz, das was dieser Staat kann, eine Grundsteuer von 1750 Euro zu erheben, das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Das ist eine bodenlose Frechheit, was hier passiert, aber schreibt mir auch in meinen Kunden rein.